Bhagavad Gita, erstes Kapitel, Vers 10 Unsere Stärke ist unermesslich, und wir werden von Großvater Bhishma in jeder Hinsicht beschützt, wohingegen die Stärke der Pandavas, die von Bhima sorgfältig geschützt werden, begrenzt ist. Hier wird von Duryodhana das Stärkeverhältnis abgeschätzt. Er glaubt, die Stärke seiner Streitkräfte sei unermesslich, da sie vom erfahrensten General von Großvater Bhishma besonders beschützt würden. Demgegenüber seien die Streitkräfte der Pandavas begrenzt, da diese von einem weniger erfahrenen General von Bhima geschützt würden, der in der Gegenwart Bhishmas wie ein Zwerg erscheine. Duryodhana war auf Bhima immer schon neidisch gewesen, da er sehr genau wusste, dass er nur von Bhima getötet werden würde, falls er überhaupt sterben sollte. Aber gleichzeitig war er aufgrund der Gegenwart Bhishmas, der ein weit überlegener General war, von seinem Sieg überzeugt. Seine Schlussfolgerung, dass er aus dieser Schlacht siegreich hervorgehen würde, beruhte also auf genauen Überlegungen.